hallo und willkommen zu einer neuen folge wobe kraft liege arena sagen wir gehen direkt wieder zum mittleren punkt ich hoffe meine mails gehen genau und meine mails gehen zum vorderen punkt dann passt das schon gleich wenn ein mails zum hinteren punkt mitgehen würde er vorderen punkt mit so oder fast alle waffen abgeschossen ok da kann ich nichts machen einfach nicht er ist das connected natürlich der punkt oder noch jetzt stirbt du ja ach so der hat schon alle abgeschossen natürlich kann sich nicht retten einfach die mitte einnehmen schafft es noch nicht schafft ihr schon zwei ich schaffe das läuft und wir haben eine points der vorderen punkt wird gerade eingenommen nee du machst dich nicht so einfach und sich gar nicht mit mir nicht mit mir da hat ich vernehme die punte überein ist wichtiger als den chill zu machen gerade ich gehe einfach zum hinteren punkt durch ich hoffe meine mails in den vorderen punkt aber anschließen damit er nicht zu ende repariert wird dafür wäre was unsichtbares gewesen einfach hier einfach hier einfach hier aber ich nehme das noch ein aber ich nehme das noch ein natürlich ich nehme das noch nicht doch nicht ein nette arbeiter haben die ja gebaut mach mal ordentlich an und halb mich wieder aus komm was machst du warum bist du afk was soll das ich stelle schießt er meine waffen ab wie schnell wurde ich gefinisht was machen der ist disconnected und die machen einfach gar nichts gefühlt da kann man halt nicht gewinnen was immerhin ein teamspiel aber dafür dass zwei leute für zwei drei leute nichts machen ich eigentlich gefühlt nur mit denen alleine zusammen spiele das ist eigentlich ziemlich gut ja der und ich sind die einzigen der anderen sind afk der ist afk obwohl der macht ja was wow aber der andere mit einem komischen rennwagen wo ist der ja ich glaube er ist auch disconnected oder ne ich geh mal zum hinteren Punkt das haben wir schon fast eingenommen oh oh die kriegen alles kaputt selbst mal ein emp-modul haben die glaube ich kaputt gemacht da gehen immer alle zusammen auf mich drauf das macht der der schütte in der base rum der schütte in der base da kann er wenigstens von der base aus raus schießen ja wow jetzt macht er das natürlich der erste schuss geht dann durch natürlich daneben auch ich schып' meine beine hin ja dann lauf ich zum hinteren Punkt Bleib Habte gedacht, ich hätte mal noch meine Was soll das? Ich hab ihn fast gekillt Der ist gefährlich, ja? Den kümmere ich nicht zuerst Mann! Der hat immer so ein Glück Der stirbt immer nicht Da fehlt nur ein Schuss und dann werde ich gekillt Ah, fast ist auf da Das war's. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Da hat nur so ein Ministück gefehlt. Der hier. Ist geil, ist halt dabei, aber hat nicht mal einen Kill. Nicht mal Vorlagen. 22 Schaden, was macht der? Der hat dann rum, denkt der, denkt der, das Spiel ist nur mit Rumfahren gemacht. Der erste Schuss geht daneben. Der erste Schaden, was macht der? Der erste Schaden, was macht der? Den Den habe ich noch gar nicht gesehen, ich glaube der ist Okay, obwohl den habe ich schon gesehen So Schade Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was haben wir verloren? Der Siegelzeit rumgefahren, also der war nicht AFK, der hat nur 22 Schaden gemacht, also sieben Punkte dadurch bekommen, was hat er, verstehe ich nicht, wie geht das, also da ist er, da ist eigentlich der Hauptgrund warum wir verloren haben, würde er vernünftig mitspielen, hätte er vernünftig mitgespielt oder wäre er wenigstens so nett gewesen, hätte er einfach disconnected, da hätten wir wenigstens so einen Bach bekommen und wäre er stärker gewesen, dann hätten wir vielleicht das holen können, aber lieber disconnected als komplett nutzlos zu sein, das verstehe ich nicht. Der war wirklich gut, der war okay, wenn meine Ziele geht, war ich eigentlich der Beste mit ihm zusammen, ist er fast gleich viele Punkte, Schaden, da hat er enorm viel gemacht, Kills auch, ja. Ah, nur die drei, der geht vielleicht noch, würde er das schlechteste sein, wäre okay, aber der ist disconnected und der hat einfach nichts gemacht, der ist mit seinem Rennwagen einfach nur rumgefahren. Der hat gedacht, es wäre hier ein Rennensimulator oder so, und er hat sich gewundert, warum alle ihn abschießen. Das habe ich nicht geachtet, aber der muss ja kurz vor Silber gewesen sein, also, oder ich glaube nicht, dass das dann erstes Spiel in Liga Arena war. Da verstehe ich nicht. Wie, warum? Oder hat er aus Versehen den falschen Roboter ausgewählt? Er hat gesagt, scheiße, jetzt habe ich einen Roboter, was ich so probeweise gebaut habe, ausgewählt. Silber weg. Obwohl, ich will immer noch Silber, aber halt ohne Stern. Naja. Vielleicht hat er einfach hier so einen neuen Roboter gemacht, hat vergessen, dass er den ausgewählt hat, sag ich mir sowas, so ein Schrottding, hat dann gestartet und gesagt, oh, scheiße. Hätte aber wenigstens diskollekten können, dann hätte man wenigstens einen Buff bekommen. Naja, könnt ihr gerne oben links auf Abonnieren klicken, rechts habt ihr zwei Videos auf zwei und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, die vielleicht besser laufen wird. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.